Moin Leute und herzlich willkommen zurück zur Netzwerktechnik. Heute geht es um Multiplexen. Warum brauche ich Multiplexen? Naja, sagen wir mal, ich möchte hier telefonieren und meine Freundin möchte im Nebenzimmer auch telefonieren oder ich möchte ins Internet und sie möchte auch ins Internet gehen oder sowas. Dann benutzen wir zu zweit denselben Kanal und das heißt, wir müssen irgendwie damit klarkommen, dass da mehr als eine Person auf einmal drauf zugreift. Und deswegen brauchen wir Multiplexen. Das heißt, wir können hier mehrere Sachen machen. Wir können sagen, okay, wir haben jeder ein separates Kabel und das wäre der Fall, wenn wir beide über LAN angebunden sind. Dann habe ich ein LAN-Kabel, sie hat ein LAN-Kabel oder sie ist über Wi-Fi drin und ich bin über LAN drin. Dann haben wir tatsächlich Raum-Multiplexen betrieben. Das heißt, wir haben hier zwei separate Kabel. Das gibt es auch so tatsächlich. Wenn man sich ISDN mal wieder als schlechtes Beispiel oder gutes Beispiel anguckt, dann haben wir bei ISDN ein Kabel rein, also ins Netz. Das heißt, von uns zu jemand anders hin und ein Kabel von diesem anderen zu uns wieder zurück. Das nennt sich Raum-Multiplexen. Und ja, ist natürlich dann schon ein Vorteil, man braucht keine Einbußen machen bei der Übertragung oder sowas. Das ist ganz angenehm. So, was passiert jetzt aber, wenn wir über dasselbe Signal irgendwie senden wollen? Zum Beispiel Wi-Fi. Wenn ich jetzt über Wi-Fi senden möchte und sie möchte auch über Wi-Fi senden, dann müssen wir uns ja irgendwie einig werden. Dazu gibt es Zeit- und Frequenz-Multiplexen. Wir werden jetzt hier Zeit nur ganz kurz ansprechen. Zeit-Multiplexen bedeutet so viel wie, ich teile meine Zeit, die ich senden darf, in Slots auf und der Nutzer 1, U1, User 1 und der User 2 teilen sich sozusagen immer. Also U1 bekommt den ersten Slot, danach darf U2 senden, dann wieder U1, dann wieder U2. Das ist sozusagen fest vorher. Und wenn ich mein Zeitfenster nicht wahrnehme, dann habe ich halt Pech gehabt. Da können, keine Ahnung, zum Beispiel 100 MB oder sowas, äh 100 MBit drinstehen. Ähm, also eine Sekunde, das wäre dann schon relativ lang. All das kann ich machen, wird aber heutzutage eigentlich nicht mehr gemacht. Heutzutage wird das Ganze eher zufällig aufgeteilt. Denn wenn jetzt zum Beispiel der Nutzer U1 hier nicht senden möchte, weil er gerade nichts zu senden hat, U2 aber einen Haufen Daten übertragen muss, dann wäre es natürlich sinnvoller, hier dreimal U2 reinzubringen und danach erst wieder U1, irgendwann später. Ähm, ja, deswegen gibt es eine sogenannte zufällige Zeitzugriff, werden wir aber noch genauer betrachten, wenn wir uns um Schicht 2 kümmern. So, ähm, Frequenzmultiplexen ist aber noch richtig schön interessant. Und zwar wird es auch betrieben, wenn ich mir, ähm, DSL angucke. Wir haben ein asynchrones DSL-Verfahren hier bei uns, also generell, was man so verwendet. Und zwar ist euch wahrscheinlich schon mal aufgefallen, dass wenn ihr Daten zum Beispiel in der Dropbox oder sowas hochladen wollt, dass es dann ewig dauert, bis die Daten da sind. Aber wenn die Daten wieder runtergeholt werden sollen, sprich, wenn ihr sie downloaden wollt, dann geht das sehr viel schneller. Das liegt daran, dass ich 138 Kilohertz, ähm, für meinen Upload verwende. Das heißt, ich habe gerade mal so ein paar wenige Frequenzen, auf denen ich senden kann, nämlich genau 138 Kilohertz, auf denen ich hochladen kann. Das ist schon relativ viel, ähm, also insgesamt geht der Frequenzbereich von 138 bis 276 Kilohertz. Ähm, und beim Downloaden habe ich aber das Sechsfache davon. Das heißt, ich kann von 276 bis 1104 Kilohertz schicken. Stellt euch das am besten so vor. Ähm, wir schicken in elektromagnetischen Wellen. Licht ist auch eine elektromagnetische Welle. Und sagen wir mal, der Upload ist nur ultraviolettes Licht. Und mein Download ist dann aber zum Beispiel, ähm, rot, blau, gelb, grün, all diese Farben, alle anderen Farben außer ultraviolett, ist dann für unseren Download verantwortlich. Dann kann ich natürlich über meinen Download sehr viel mehr Signale senden, als nur über meinen Upload. Aber ich kann trotzdem beides gleichzeitig machen, nämlich down und up. Und das ist sozusagen der Trick. Man hat sich einfach gedacht, hey, die Leute wollen wahrscheinlich mehr runterladen, als hochladen. Denn sie empfangen Webseiten, sie empfangen Daten und so weiter. Sie müssen aber nicht so viele Daten ins Internet pumpen. Sie wollen nur wissen, äh, sie wollen nur sagen, ich will diese Webseite. Und da muss aber die komplette Webseite, inklusive Bilder und so weiter und so fort, muss übertragen werden. Oder sie wollen, äh, Spiel XY auf Steam kaufen. Und dann müssen sie aber erst mal 30 Gigabyte runterladen. Da haben sie sich gedacht, hey, Uploaden muss nicht so viel sein. Downloaden ist viel wichtiger. Und das hat sich natürlich auch ausgezahlt. Sehr gut gemacht. Leute, die das Internet erfunden haben, habt ihr gut gemacht. Ähm, genau. Das war eigentlich schon das Multiplexen. Wie gesagt, zum Zeit-Multiplexen wird es in Schicht 2 noch ein bisschen mehr geben, da es dort auch dann noch sowas wie Kollisionen und so weiter geben kann, wenn wir einen Bus haben und diese ganzen Netz-Topologien und alles. Das werden wir dann in Schicht 2 klären, womit wir dann, glaube ich, demnächst anfangen können. Super. Ähm, dann war's das von meiner Seite. Ich hoffe, es hat euch gefallen mal wieder. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.